Tiger 2 Ich bin alleine hier üben. Ich bin ganz alleine hier üben. Ganz alleine. Achso, ich steu bitte anrichten. Kann man es mal jemand sagen? Keine Ahnung. Hm, aber nicht zu dem. Kann sein, was ich glaube. Ich schieße meine Ketten kaputt in T2 und 3. Ich ziehe auf dich. T2 und 3 hat mir weiter gesehen. Das ist einer, der bloß auf Low Tears schießt. Der Kärnaumer, da steht ja direkt vor ihm. Direkt vor ihm. Der schießt auf den Jagdpander, der weiter hinten steht. Ja, da kommt er ja leichter durch. Der braucht sich nicht so anstrengend. Recht schön zu zielen. Ich glaube nicht, dass es noch ein Sieg wird. Aber wenn sie jetzt gut aussieht, aber... Angriffskari. Ich würde es gerne sehen. Aber du willst nicht. Ja, der hat so ein Schalldämpfer, äh, so ein Rückstoßdämpfer. Da kann er auch nicht. Ob das, was es im Vault of Tanks bringt, weiß man natürlich nicht. Ich habe mich nicht mehr daran, dass man da einschätzt hat. Das war das. Mischung. Das war das, was man macht. Das war das, was wir sehen. Ich habe das alles, was wir helfen. Und wir haben das, was wir machen. Dann wäre das. Ich bin so ein bisschen, das war das, hier. Das war das nicht, was wir machen. so ein Schwein die Städten am Strand da wünschen da ist jetzt davon ist ein Standort und die Kunde rechts drauf der Finder aber von der anderen Seite kommen sie jetzt Adler also bis zum Südler der Letzte und zwar jetzt hast du noch bis noch mit der Art hier der Art hier hat es schön verzogen wir gehen rüber und die gegnerische Basis er ist ja links lang ich würde mich verstecken dass du nicht nur stirbst die werden euch bestimmt Jürgen weil die Männer Abschüsse machen das ist doch don't cap kill all please das wollen mehr Erfahrungspunkte machen der Zweifel ja von mir dahin und gerade aus Richtung Ort ne das nennt dort laufen doch rechts im Sinne wichtig ich will dann in der Form um die Polen hat sich alles versteckt wenn er auch ein Neuer auch so ist ein Leben nochmals Gauten damit da noch mal ein Schuss auflassen können aber das wird sowieso nichts ich glaube nicht dass er das hat alle weg eine Art beschadet er kennt ja mal versuchen einfach zu schießen aber das macht er ein ich wurde bisher gehört aufgrund so klats war überhaupt nichts los das war klar sieg so solche das noch nicht starten oder scheiße Prozent also ich stehe ich bin der Schlechteste ich habe recht mal kurz die Aufnahme so und ich bin wieder da so wir müssen noch mal mit den anderen probieren es sieht besser aus jetzt ich habe ja schon hier im Menü 50 FPS net 30 bevor so also was bedeutet immer 50 FPS mit Aufnahme stimmt Cari du wuchst so fröhlich sag mal was sag was zu gehen zu den Fans ich bin so Cari ist so fröhlich sie kann ihre unbändige Freude gar nicht glauben ich kann sie gar nicht in Worte ausdrücken sie kann ihre unglaubliche Freude gar nicht in Worte mehr ausdrücken sie kann ihre unglaublichen Pickel gar nicht mehr ausdrücken ja das habe ich immerhin 25 26 jetzt ist es wieder noch mal also wie gesagt ich habe haben wir ein paar neue PC-Teile bestellt hofft es dann die Aufnahmen etwas blüssiger laufen womit auch die Qualität der Spiele steigen können damit auch von meiner Seite mal was ordentliches kommt nicht nur von der Cari immer ja stellt sich da links Niveau ich fahre mal in die Stadt schön flüssig läuft es ja jetzt also für mich sogar beim im Gegensatz zu gerade gerade war es ja unspielbar der wird sagen ja bei 22 FPS kann man da nicht spielen aber ich mache es trotzdem ich mache es trotzdem nicht ganz so weit hin stell dich mal recht zu dem Stein also noch da ein bisschen weiter vorne ist sorry IS ich bin der Jagdpantau also die Striche ordentlich aufgezeichnet ist ja noch Standardgefecht es klappt mal wieder niemand in der Mitte auf das ist ja praktisch Sport hier da ist jemand in der Stadt ja ich fahre rückgärts KV1 yes 34-1 gucken wir mal ob wir die wegrocken können da ist der Schuss hin ganz ein bisschen vor vorne Richtung Kirche da wo die gegnerischen Panzer sind da wo die gegnerischen Panzer sind danke danke zu oh wie lieb ich wieder bin ja ich ballere die eine mit 150 mm von hinten rein das war ein bisschen doof von mir trotzdem hat er ein bisschen gucken können ich kann das einfach stur abdrücken ja sehr schön schön abgeformt ja stimmt Querschläger ja fahre mal rechts rüber also da wird jetzt auch jemand aber KV1S ab aller bist du schon beschossen? muss dein bestes geben Kari damit du unsere Basis verteidigen kannst sehr schön schaffst du es das macht ja ein Jagdpander T43 darfst du es da nicht durchkommen da steht noch ein Tiger jetzt hast du nicht kaputt nein die haben mich geärgert da ist zimmerig auf den IS-2 der müsste bei dem ein bisschen unten auf die Wand nach vorne schießen aber links ist einer noch normaler ja da hat gesessen rechts ist noch T43 darfst du es da nicht locker durchkommen das ist bloß ein Medium hinter dem Jagdpander kommt gleich noch ein IS fahr mal ein bisschen vor fahr vor weiter rechts ok ist da rechts auf den T43 Fahrmobil vor ok die haben dich ja aufgespottet das war so etwas fahr mal rechts rüber in die Häuser nein die Büsche T43 ist ja hier vorne noch ja schießen die denn auf mich auch gut ich kann mich sehen ich weiß nicht woher die schießen aber das waren wir waren wohl noch mehr hier vorne steht da T43 hättet sich nö die Witte wirst ja an den die Feilern anschießen ja rechts war noch da noch ich hab den dreimal guck mal wie oft ich den quer schläge und sonst was kannst du wissen wie hast du echt vergessen ahjaa ich hab das alles verstanden Da ist ein Wäsche zurückgelegt. Das wäre ein Tiger. Go Bon, go cap or decap. Decap? No one caps. Ich tue doch gar nicht mal einen Cap'n. Warum soll er da die Cap'n? Short oder was? Manche haben schöne Meise. Ja, dreimal auf den T43. Der trifft immer. Aber bei dem trifft er nie. Das kann aber nicht sein. Das ist ja blöse Medium. Ja? Dann hat er daneben geschossen. Ich hab aber vier oder fünfmal hab ich den getroffen und trotzdem da war noch nichts. Nichts. Ah, jetzt ist er da. Sergeant könnte ein Sieg werden. Könnte ein Sieg werden. Gucken wir mal lieber was die Cap'n boys machen. Geht's dir nicht ab? Geht's dir nicht ausgefallen. Wir sehen kaum noch was. Wir sehen kaum noch was. So, auf Kor. Was macht der hier jetzt? Jetzt zieht sie schnell mal zurück. Die Tigerrücken von hinten ran. Da kann jetzt unsere Super-Ains aufbauen. Daneben. Super. Da darf aber keinen Schuss mehr abfangen.